Hey, hier mal drei Übungen, mit denen du deine Flexibilität und deine Mobilität trainieren kannst. Sowohl in der Hüfte, als auch in der Schulter. Okay, wir starten mit Stand-Ups. Die nächste Übung, da gehen wir von der Krabbe ins Biest. Die nächste Übung, Monkeys Salute. Runter in den Deep Squat, linke Hand, rechtes Bein, nach oben schauen. Diese Übung, fünf bis zehn Minuten jeden Tag und du wirst 100 Jahre alt. Sportfrei. Tschüss. Musik 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 Musik